heute werden wir einen unboxing machen mit drei megaboxen ich hoffe dass da was gutes rausguckt ich würde sagen ich habe mir hier auch brauche ich kann nicht mehr ich kann jetzt schon nicht mehr ich bin einfach geil bekommen aber ich nehme mal weiter es hat sich hier schon gelohnt die erste mega box alter die boxe und Und... Genie! 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 Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Genie! Die Box-Sachen! Genie! Genie! Ich hab noch... Ich hab gerne noch nie gespielt, ne? Ich hab meine Bringsbröder bekommen! Also nicht kleine Puccini! Alter! Ich kann nicht mehr! Ich was aus! Oh! Das ist halt so krass, ne? Alter! Das ist so leicht! Alter! So episch ist... So episch ist... Wie seid ihr denn? Ich zieh mein allergrößen Lieblingsbröder! Komm mal! Ich hab ein paar ausgesagt! Die ist... Na, Genie! Das wird immer kompletter Lieblingsbröder! Gefühlt einfach weil ich schlechtes AIM habe und ich durch Genie Jesus treffe! Aber auch... Aber auch... ... 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 Juni, Paul, ich schwöre, Juni, ich werde sie sowas von hoch spüren. Das ist ja nicht so, als hätten wir noch Barock und die Scheißboxsachen. Nein, nein. Es ist also dumm. Ich freue mich gerade so. Ich glaube, chromatisch ist von der Wahrscheinlichkeit hier ein bisschen weniger als Legendary, oder? Ach du, das ist so dumm. Und jetzt kommen wir uns in den Tor schießen. Ich habe die Kartei geöffnet. Ich habe die Kartei geöffnet. Lala. Kartei. Kartei. Das ist ein bisschen. für ein kann es sein dass das 0,000 geht das aber bei derin habe ich wahrscheinlich ja habe ich tatsächlich liebsten leon bei oder senden einfach macht auch schon ein bisschen den schaden ja stimmt ich habe dann vergessen was macht ist So, wir machen noch eine Runde. So, wir machen noch eine Runde. Ich würde sagen, das war's noch in dem Video, oder? Also, noch einen schönen Tag und ciao. Weiter.